Alexa, starte Museumscafé. Herzlich willkommen im Museumscafé und Hofladen Zeisset. Wie können wir Ihnen helfen? Alexa, ich möchte einen Tisch reservieren. Welcher Tag darf es sein? Mittwoch. Und um welche Uhrzeit? 15 Uhr. Wie viele Personen werden kommen? 10 Personen. Bist du sicher, dass ich einen Tisch für 10 Personen für Mittwoch, den 6. Juni 2018, um 15 Uhr reservieren soll? Da bin ich mir total sicher. Ihre Reservierungsanfrage wurde versandt. Wir melden uns schnellstmöglich mit einer Bestätigung per E-Mail bei Ihnen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Du kannst mich nach Öffnungszeiten, dem Kuchenangebot, dem Frühstücksbuffet fragen. Alexa, Frühstücksbuffet. Das Buffet kostet am Sonntag 18,50 Euro pro Person und am Samstag 9,50 Euro pro Person. Kann ich Ihnen weiterhelfen?